Ja, das war früher die Strecke von Windesweg nach... Ja, das ganze Stück hier ist in der Folge schon, das ist das Strecke und Naturschutz, wo ich hier stehe. Man spürt mal die Strecke und sieht hier alles ganz weit hinten. Das ist bestimmt so ein Dresidenverkehr, sonst ist es gut studiert worden. Der Wind ist ein bisschen hakelig, macht nichts. Ja, okay.